Haben auch Sie genug von zuknallenden Toilettensitzen? Der Silencium Slow Close Toilettensitz schließt sich praktisch wie von selbst. Durch ein leichtes Antippen am oberen Rand schließt sich der Sitz langsam, leise, ohne Knallen und ohne dass man sich die Finger einklemmt. Es ist nicht nötig, die Unterseite des Sitzes zu berühren. Der Silencium Slow Close ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, damit Sie viele Jahre lang Freude an diesem Qualitätsprodukt haben. Silencium – so einfach ist das!